Das ist unsere Eiligungsgebiet. Wir haben sie aus Stein drunter gebracht und ein paar Stützen und dann noch Schalen von Rinden, weil manchmal die Steine nicht gehalten haben. Dann haben wir Moos drauf gebaut oder eben das Moos weggelassen, weil wir eben nicht so viel hatten. Und dann haben wir hier die Stadt gebaut, hier das Fabrikkellende. Das hier ist der Wohnbereich alles. Das hier ist der Vergnügungspark und das ist ein Museum. Und damit die Eichhörnchen dann eben zum Beispiel vom Museum zum Vergnügungspark kommen oder vom Museum zum Wohngelände, haben wir eben dann alles Übergänge gebaut, wie hier und da. Und dann haben wir öffentliche Wege gebaut und eben Steine als Häuser hingestellt und dann haben wir eben einfach noch ein paar kleinere Steine als Figuren genommen. Ja, und das ist unser Reich.